malzeit leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge lego star wars die skywalker saga wir sind im dorf von der evox und es geht rund ich bin gespannt was passiert können wir auf jeden fall erst mal die ersten klumpen weg räume schon mal schön ich will mit denen reden ich will dass er die wegräumt erst mal aufräumen hier die ganze kaschämme toll aus aber sind ja lustig die gnome eigentlich so guck mal schon viel schöner hier noch und da noch und da noch und hier noch dass man mit schule alles verdröschen guck mal konnte trommeln habt ihr gehört lustig die schule macht da kurzen prozess aus die ihre komische einrichtung hier so runter damit wir sollen da ein wahrscheinlich dann gehen wir dahin auf weg dahin hinterlassen war eine schneise der verfüßung einfach weil wir können auch dieser stadtmagnet war echt eine gute idee das hätten wir wirklich viel früher machen sollen und leute ich habe in der letzten folge mist erzählt ich war total verwirrt anscheinend wir sind da so ruhig ich erzähle gerade da ist wo wir von von yoda gekommen sind da sind wir gar nicht auf dem planeten gelandet sondern ich habe mir die aufnahme noch mal angeguckt wegen handeln machen und so ja wir sind wirklich auf diese im raum also im weltraum schwebenden raumstationen gelandet dieses raumschiff und nicht auf dem planeten sondern ja okay haben wir das auch geklärt falls da irgendjemand denkt was ist denn ich lass dich sitzen mein freund ja anscheinend bist du sehr erschöpft denkt über dein leben nach machen ruhe so mit trommeln haben sie war sehr musikalisch die bande okay trifft dich mit wicked um zu schildgenerator zu gelangen jawohl so tun wir das wir machen mal ein bisschen das licht aus sind weil ich so aber das ist ja riesig wie geil ist das denn das ist die 3 po okay 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 wir können immer komplett durch den evok dorf durch latschen hier und alles da hämmern wird sich doch auf jeden fall lohnen oder wenn wir das machen wieso heult denn der hat er denn der arme so habt ihr die höhe sind im kreis gelaufen so die suppe ist kalt gibt nichts mehr jetzt war zum klettern anscheinend das machen wir mal nicht dafür schreien sag mal geht es hier weiter so richtig nicht oder gut dann zurück leute hier sind noch ein paar stühle so und wertvolle kisten woher kommen wir da rüber ja ist irgendwas zu holen wenn ja nicht viel kann man hier hoch klettert also wir wahrscheinlich nicht ne tada was haben wir jetzt gemacht die hobbit höhle oder was ist so eine von vier flammen ist grün okay die zeit läuft sie an den vier hebeln ach so die zeit läuft ne okay finden wir das rätsel lösung kommt raus da alte brett kommt schon wir haben nicht mehr allzu lange geht doch hoch da naja war nicht runterfallen drei von vier mal auf die dinge haben wir es nicht vergessen zeit läuft es kam mir da nicht raus okay dann haben wir das rätsel leider nicht geschafft heute noch mal probieren da gibt es ein küber für das war noch mal probieren das hat hier unten angefangen ne mach mal wieder raus hier hallo hallo okay der tisch geht nicht weg hier ist der nächste hebel zwei von vier nein und wieder auf anfang das wird doch nicht mehr oder schuhe ist nicht so agil wie ich dachte ich glaube den können wir vergessen oder dann nehmen wir mal lea vielleicht ein bisschen sportlicher aber wir müssen hier rüber kommen und das schafft sie auch alles klar und die kann sprinten da müssen wir mal kurz abwarten bis die zeit abläuft und dann machen wir das einfach normal so fährt sich jetzt wieder hoch ja zieh okay sieht schon mal besser aus auf jeden fall viel viel schneller schneller ah ah verdammt los komm raus da du alte brett schumi komm mal weg da so okay hier ist der nächste hebel drei von vier das müssen wir hier irgendwie wieder hoch ähm hier rauf da rauf und dann aah fahr mal wieder runter los komm raus da du brett wir haben nicht mehr allzu lange komm schon ah die zeit ist um das ist ist off aber das war in allerletzter sekunde oder aber hallo kachin geil mission abgeschlossen evok robotik okay so geronimo geronimo kung fu lea so kann weitergehen äh wir kommen hier wieder runter so lang siehste na dann gucken wir mal die ist auch noch ein bisschen botanik zum zerkloppen dann schlagen wir uns durch die dorf also das rätsel gerade doch richtig spürbar sie macht und jetzt hier ist der nächste küber drinnen krass hallo los hoch mit dir dann gucken wir da halt nicht rein oh die pilze weg ihr pilzbefall leute schimmel in der bude und soll jetzt raus da wollen wir aber jetzt noch nicht hin also ob da sitzt der typ drin hier kann es ja echt viel looten das ja der hammer die finden uns bestimmt doch total nett wie wir die zeug mal so ein bisschen aufräumen hier so jetzt noch mehr okie dokie hier waren wir aber anscheinend schon hier ist noch ein küber überall sind hier küber kristalle aber die sind gerade gar nicht so wichtig glaube ich wir gehen mal hier rein hallo kann man hier irgendwas machen alles klar ich verstehe jedes wort sofort ab verstanden krass wir sind hier diese dorfzentrum war eure sitze ist beendet das sind küber die sind schon lustig die typen auf jeden fall wir schreiten hier hilfe und haben wir jetzt die baut trampolin mecker nicht hinsetzen tüter jetzt sind wir nämlich mega cool hier ist noch mehr zeug hier ist noch eine feuerstelle hallo wo denn warum denn wo bist du denn ach da drin warte mädchen ich komme ich machte ja hallo so ruhig dir mal ich bin gleich da du musst erstmal die verletzten sie fahren minimieren wenn wir dich da vom netz los schlagen dass du da nicht irgendwo gegen knallst das geht ja nicht mach 5 euro mädchen aber ich weiß eure hilfe wirklich zu schätzen da war ich echt in der klemme aber das heißt im netz in der klemme das wäre ja noch übler gewesen aha so und das war jetzt oder was naja dann okay hier hinten jetzt noch weiter ha kung fu gibt alles cool imperiale ratte buch da muss ich dran verbrannt den musk weg brandgefahr verstehe mal kannst du dann im baumhaus gehen feuer machen so jetzt ist hier aber klar schiff oder gott das hört nicht auf wir müssen echt immer quer durch die ganze verdammte dorf hier rennen oder hier vorne sind wir hin die muss eine schwielen eine pfoten haben von den ganzen holzer kloppen hier so so hörst du jaulen du das offen ja ja komm mal weg da ja so hier setzen küber drin oder wird oder 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 nötig war es schon oder du bist blind nicht so eine tür aber hier kommen wir nicht raus dorf der evoks dorfkern gott also ohne witz gehabt die fühlte dorf wird wirklich nicht weniger die unendlichen weiten des evok dorfs ist ja der hammer so wollen wir denn mal langsam ja ja warte mal hier oben jetzt hoch zur gottheit da ist ein schild ist jetzt die 3po irgendwo versteckt die anderen kommen schon gar nicht mehr mit wir sind hier schon voll alleine auf erkundung die haben schon ja keinen bock mehr der wachposten der macht die wache krass wie hoch geht denn das hier hier da hängt genau in der mitte eh nach ok hä wie krass schrottsammler schrottsammler das geht jetzt hier dann wahrscheinlich nicht so naja wiedersehen ähm wir stehen wieder da machen wir mal lea hier wieder hin so ok ich weiß wie bitte dankeschön hallo und lea äh gott was ist denn das hier waren wir hier schon da ist der nächste was ist denn wo ist er denn wieso sperren die hier leute ein ok zeig mal wo denn irgendwo hängt ja wieder einer rum oder naja wenn wir weiter ran gehen kommt vielleicht nochmal eine meldung alpha ha 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 Wir befreien sie alle. Hä, aber jetzt mal ohne Quatsch, wo ist denn der Typ? Die war doch nur einer eingesperrt. Der sagt ja auch nicht mehr. Müssen wir hier rüber? Oh, da unten ist auch noch so viel. Mann. Ich sag euch als ehrlich, ich finde das Dorf ist voll geil. Ihr könnt hier stundenlang rumrennen. Und einfach alles kaputt machen, was wir hier finden. Der Ding ist, wenn wir irgendwo zurückkommen, ist wieder alles da. Hier ist das nächste Rätsel. Kannst du hier was machen? Der falsche Schrottsammler, oder? Oh, entschuldige. Ich kann mir die Sache ein bisschen beschleunigen hier. Nehmen wir einfach alles da ballern. Wir dürfen nur keine Evox wegkloppen hier. Da, 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 da. Okay, da kommen, dann gehen wir mal hier runter. Ihr wart zwar irgendwo noch in der Eingesperrt, aber hey, hat da Pech. Irgendwann lässt er sich auch fangen. Sonst kommen wir hier nie voran. Oh, entschuldige. Aber der... Keine Sorge, der hat ein dickes Fell. Der hat ihm jetzt nicht so viel gestört. Ziemlich alle Kopf ein. Alle Coins und Statsumier, so gefällt es mir. Wo denn? Da ist er wieder und quakt. Äh... Klingt gerade aus, ne? Wo denn? Hier. Warte, ich komme. Mach mal mit Haaren das Ding. Halt mal locker. So, was ist das hier? Was braucht man da jetzt? Von der dunklen Seite. Da haben wir auch ein paar. Ist eigentlich ganz cool, dass das so geht. Wie nimmt man da auf dem Roll? Wo muss das hin? Wo muss das hin? Warte mal, können wir hiermit gucken? Wo hängt denn der? Ich sehe ja nichts. Können wir die Kamera drehen? Ja. Nein, da hinten müssen die Dinger hin. Okay. Keim ist doch. Wohl ist ja lustig. Wo hängt denn der? Wir müssen hier weiter hochkrabbeln, ne? Bleib locker. Ich komme. Geh weg. Geh weg. Da ist er, na endlich. Die alte Schrei-Suse. So, macht nochmal 5 Euro. Danke. Ein waschächter Jedi. So, wir machen hier erstmal ordentlich Klasche. Wart man hier hinten mal nur unabhängig runtergefallen, ne? War ich nicht noch mehr? Aber hier ist noch einer. Ist der jetzt richtig in der Station drinne, oder nicht? Ne, doch. Der war da richtig. Jetzt. Okay. Hier fehlen noch. Wo sind die anderen Statuen? Da müssen wir hier rumliegen, ne? Du würdest hier öffnen. Da ist der Nächste. Okay. Hey, wie cool. Schön Rätsel lösen hier heute. Okay. Eh nur noch. Wir brauchen noch von irgendwo irgendeine Statue. Ähm... Wird die uns angezeigt? Hier auf der Karte? Ach guck mal, da ist ein paar landet. Hör auf zu singen. Das macht jetzt Licht aus. Zack, zack, zack. Wie sagt ihr? Eine Statue fehlt noch. Hör auf zu singen. Hör auf zu singen. Die muss ja wohl sein. Nur wo? Ähm... Gucken wir mal. Die kann ja nicht allzu weit weg sein. Ist ja ein Lokade-Drehzel. Jetzt haben wir drei. Das kann ich aber noch nicht... Das war doch noch nicht alles, oder? Ah, okay. Dann drehen wir hier auch noch mal. Aber da ist ja keine drauf. Ähm... Okay. Wie sagt Ihnen, er fehlt noch. Hier sind drei. Diese E-Vox sind brutal. Sie legten eine Münze auf den Boden. Und als ich sie aufhob... Wusch! War ich im Netz gefangen. Aha. Ja, nun... Ähm... Das ist hier noch irgendwo weiter nicht. So wirklich, oder? Rätselhaft. Dann haben wir doch alle schon mal kaputt gemacht hier, oder nicht? Okay, so richtig schlau, wenn ich da raus... Warte mal, halt, stopp! Ach, die Karte ist sofort... Alter, wie groß ist denn dieses Dorf? Sag mal, habt ihr das gerade gesehen? War ja der Hammer. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt gehen wir der Mission weiter nach. Ich glaube, wir finden die anderen Statue sowieso nicht irgendwie, oder? Wir fallen mal hier runter. Mal gucken, was passiert. Kaputt. Okay, wir landen wieder hier an der Stelle, wo ich nicht hin wollte. Hä, wie kommen wir von hier wieder weg? Wir müssen echt klettern? Oh man, ey. So. Ja, worum wir die... Warte mal, wir nehmen uns von hier nochmal einen Überblick. Ne, man sieht ja auch nichts. Okay, dann nicht. Ähm, wohin genau? Spielsach da lang. Und dann? Okay, dann geht's hier weiter. Ne, warte mal! Ähm, wir müssen mit Dings reden, ne? Tollkühlen durch deine... Alter! Okay. Ich hab hier auch nicht verstanden. Hier fehlt halt immer noch. Warte mal, du. Heiligen Trothums, wenn sie herrige Stellen leere sind, öffnet sich heilige Schreien nicht. Ja, aber wo ist deine vierte Statue, du Typ, du? Drei haben wir ja. Eine fehlt noch. Kann ja wohl nie wahr sein. Da oben! Da oben! Gefunden! Wie kommen wir denn da jetzt hin? Äh, wir müssen irgendwie da hoch. Ah, ja. Okay, dann doch, ey, das machen wir heute noch. Lästige Treppen. Nö, komm doch raus da! Jetzt ist da da festgepackt. Nö! so wir machten ja nicht er schiebt daran nicht und das ist so doof dazu geht die statue die ist der andere seite wir müssen eigentlich mit dem fahrstuhl irgendwie hochfahren da oben liegt sie nach oben lag sie da oben den anderen weg nach oben gibt es nicht wie kommen wir denn da jetzt am besten hoch oder ihr habt sie noch irgendwo und wie ich nach oben hier ist noch ein fahrstuhl jetzt ein bisschen nervig wir machten der das nicht ach so wir steigten ja ab der düdel du bleibst da bitte so jetzt aber da liegt sie okay leute du weißt aber echt nicht schwere geburt oder bitte das auch sehr unübersichtlichen dorf hier ganz schön mächtig darf wohl so es ist geöffnet hallo gibt mir das totem transporter an der tat aber lange gedauert gut freunde so dann können wir jetzt endlich mal weitermachen hier oder würde sagen wir hatten hier hahn haben hier mit bei mir war immer gut sind jetzt das ist ja schon wieder dumm kein held ich will eigentlich nur hahn muss ein hahn haben wir nicht der sitz general erika en fürs nest akras so dann halt ihr mit ihr hier ja heute erstmal alles so klumpen okay ja wir bewegen uns hier fort wir klettern die leiter hoch und hier wieder runter sprinten ist halt geil das haben wir alles schon mal zerlegt hier wir lassen nicht mal heile freunde beim nächsten mal geht sie los der ewok singt gut dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder freunde ich bin gespannt wartet wird hier verteidigung des chewbacca gucken wir mal wieder mit dabei bis dahin macht die quatsch und renny hauen waren ja einen schönen nervenaufreibende rätsel stellenweise aber cool war mal was anderes so tschüss